Oh, ne, ich dachte... Ah, dass es das hier gibt? Weil hier unten ist kein Licht. Oh, wir haben sogar ein Pfannskomitee. Er ist ja gleich down. Was ist denn mit dir los? Mhm. Da waren die in Muskelheim, aber schwieriger. So. Ich habe sogar schon zwei Siegel zerstört. Und jetzt ist die Frage, wo sind die anderen? Die müssen hier in der Nähe sein. Wo? Ich vermute mal... ...ist das jetzt irgendwie hier mit dir. Da unten läuft weiter. Was muss man losgarten? Jetzt habe ich hier auch andere Waffen. Zwei von drei Siegel zerstört. Ah, und da ist das Letzte. Das wäre so ein... Ey. ...die... ...harteste... ...übelster... ...Face-Paw-Moment. Wenigstens... Oh, bitte. Jetzt sei wenigstens da mal ein Idun-Apfel drin. Yes! Na, immerhin. War es nicht umsonst. So. Dann... ...können wir uns zunächst über Kühe kümmern. Alter... ...ich bin gerade... ...ohne Worte. Das wäre so einfach gewesen. What the shit man. ...können... ...nägen. ... ... ... ... ... ... So. So, wir gehen dann in Hehlheim bei eine, ne? Die gehen wir suchen. Eigentlich sind jetzt alle Truhen scheißegal, weil... Warte, was machst du? So. Ich will mal folgendes. Mhm. Ich muss nicht markieren, was war denn das? Ja, warte, 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 warte. Oh, übrigens Rabenbände sind auch auf dem Wissen. Okay, ich wollte sagen, eigentlich sind jetzt die anderen Truhen eine scheißegal. Ich hab... ...die Gewissung, die ich wollte. Ha! Da ist der Rest schon ein bisschen obsolet. Na doch, das wurde ja nicht gespielt, ich dachte jetzt schon nicht mehr falsch. Oh Gott. Schade, dass die nicht weiterreden. Eigentlich war lustig und auch interessant denen zuzuhören. ... ... ... ... ... Ich dachte, ich hab mich schon drüber angst hier. Hey, sag mal. Wie kannst du dich denn nicht anlegen? Ich werde auch schon den Zwerg. Also ja. Dann geht's weiter mit... ...Mit... ...Valkürenjagd, Valkürenjagd. Hey. Ich bin grad so orientierungslos. Geht so gar nicht. Sag mal. Ich kann nicht falsch hin. Hier geht's. Valkürenjagd, Valkürenjagd, Valkürenjagd. Hey, was? Echt? Ich bin echt von denen jetzt noch angegriffen. Ey. Weißt du denn nicht mehr? Das ist jetzt das Loki. Mag ich doch. Ach Mist. Dann machen wir doch doch. Stopp da. Bin noch nicht mehr rein. Ups. Alter, die Energieleiste ist schon die übelst. Ha! Was ich immer noch machen müsste... ...hätten Zwergen gucken. Ich bin jetzt perfekten Asgarderstahl, ob ich da noch was verbessern kann. Kann ich ja gleich noch machen. Was? 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 Was ist das? Was? 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 Warte mal. Ich kann den Tagesmann aber... Das ist geil. Was? Was? Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Das ist hier nichts. Besserloss. Ich dachte der würde auch noch mal... Besserloss und kriegen, wenn ich nie vor einem Muskelheim abfielde. Ne? So, wir gehen nach Helheim. Was geht der? Was geht der? Ich hatte nie das Vergnügen. Laufei war ein Gerücht in Asgard's Hall. Eine Kriegerin der Riesen, die viele Pläne der Asen durchkreuzt hat. Sie befreite ihre Sklaven. Ernährte, wen sie hungern lassen wollten. Sie ist ihnen in nobelster Absicht auf die Füße getreten. Thor war schrecklich frustriert, dass er sie nie stellen konnte. Als meine Gefangenschaft begann, fragte ich mich, was aus ihr geworden ist und wer sie wirklich sein würde. Dein Stammbaum ist recht einzigartig. Das stimmt allerdings. Wir sind also wieder in Hel. Wenigstens sind wir nicht auf der Seite der Brücke, wo uns diese Visionen quälen. Ach halt warte mal. mal hier nur die Valkyrie Leute, habt ihr wirklich vor Luki zu besiegen? Ihr habt's ja drunter, oder? Ey, ey Hast du grad einen Schaden, Meister? Wunderschöne Seh ich auch so Weißt du denn nicht, wer ich bin? Ich bin der Vater von Luki Noch einer? Ah, da hinten Hey Gehst du da runter? Ich bin nicht hochgepackt mit dir Nein, warum hast du das Ziviert Loki Ich mein, ich mein, ich mein, ich weiß, dass du der Gott der Schabernack bist, aber das muss doch nicht sein Was ist denn bei euch los, Meister? Rechnung nicht bezahlt, oder warum bist du so aufgebracht? Nein, da wollte ich mir nicht antworten Fischer Pursche da Fl diplo Mir Ll Cook Gehen auf Valkyranjagd Ho Vi Gehen auf Valkyranjagd Jetzt alle! Wir gehen auf ein Kühenjag, 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 wir gehen auf ein Kühenjag. Ich find's grad so lustig. Bin ich denn noch richtig? Ja, ich bin noch richtig. Manchmal bist du Falsch-Game-Family. Du bist doch ein Opala, nicht wahr? Was ist das da oben? Weiß gar nicht. Ne, da soll ich aber nicht hin. Wo gehst du zur Valkyrie? Da drüben?